Du kannst nebenbei weiterfressen. Hallo! Hallo! Servus! So, bist du bereit oder was? Mhm. Ich frage mich, wieso habe ich die ganze Errungenschaft nicht bekommen, wo ich da oben gekommen bin. Gut. Wahrscheinlich im Nachhinein. Wahrscheinlich hatten die den Erfolg vorher gar nicht drin. Och, jetzt hat man gesehen, dass du die vorletzte warst. Scheiße. Ja, essen in Berlin. So war es aus für dich, ne? Ja. Du bist ja sehr vorsichtig, kann das sein? Na, wieso? Mit vollem Mund spricht man nicht, ne? Pfff, pfff. Hast du ja letztens auch das kritisiert, also. Das in dem Video. Mhm. Da habe ich nicht nur kritisiert, dass er mit vollem Mund gesprochen hat, sondern dass er gefilmt hat, wie die halben Fleischfetzen rausfliegen sollen. Was ist das denn? Naja, aber man spricht auch nicht mit vollem Mund. Ja, aber war trotzdem so oder so, äckige, oder? Ja. Ne, ich meine, was ist das? Mhm. Jetzt sind die erwartet, du? Ne, 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 aber ich denke, von der Sorte gibt's bei YouTube genug, oder? Ich dachte, ich werde nicht mehr. Hätt ich das erst mal dieses Video gesehen haben, ne? Wir hatten schon mal so einen gesehen, oder so. Was war das denn? Da kann ich mich nicht mehr erinnern, ne? Weil es war auch so komisches Zeug. Komisches Zeug? Ja, von irgendeinem ekelhaften Ticken. Äh, ich verrat nix, das wird mein nächstes Video. Oh, hier, cool, aus dem Fluss. Ich glaube, das haben wir auch zusammen geguckt, oder was? Mhm, mhm, mhm. Weißt du noch? Mhm, mhm, mhm. Okay. Ich verrate nix. Ne, du darfst nicht alles verraten. Ne, ne, ne. Guckt ja keiner mehr dann, ne? Eben. So, siehst du, schon mal anderthalb Minuten mit dem Video gefüllt hier, und nichts ist passiert. Also. Muss man das mal hinkriegen. Na, ist das hier das, wo ich dachte, ich fahr hinter dir und dein Name falsch war? Äh, wo soll ich denn das wissen, da ich ja nicht drin war? Kann ich das ja nicht wissen. Wie hieß du denn da? Nochmal. Also. Vrato Rotović, was du gesagt hast. Poco irgendwas. Genau. Vrato Rotović. Vrato Rotović. Vrato Rotović. Das ist, ich dachte echt, du bist plem plem gegangen innerhalb der paar Minuten nur. Geht hier ohne mich rein, und denkt die ganze Zeit, der Staffelkollege, der ihr einfach zugewiesen wurde, der bin ich. Und wieso ich meinen Namen geändert hab und jetzt so außereuropäisch klinge. Vrato Rotović. Ey, wieso hast du deinen Namen geändert? Bleib doch mal stehen! Wie mal ein Screenshot, wie mal so ein schein Screenshot. Du, der Knaller, ey. Hm. So, ich bin hier mit dem C60, was fährst du? Also wahrscheinlich gar nicht drauf geguckt. Also ein Panzer. Ein Panzer. Das ist ein Panzer, das hat... Wie heißt das? In Rohr. Irgendwas schießt hier, glaub ich. Ich bin hier blöd geschossen, aber... Ach du, was das? Aber da ist er in der Nähe. Ich war das nicht, wenn er für Wetter weg. Und da fährt geschossen. Ja, der ist ja auch nur ein Spornpunkt. Äh, das ist ja nur ein... Alter, kam der mich weg hier. Das ist ja nur ein... Das ist ja nur ein Cap. Punkt. Wenn du irgendwo stehst, musst du darauf achten, dass nicht andere irgendwie noch vorbeikommen. Ach so. Fuck. Das ist wie der so eine komische Stelle hier. Ich war runter. Da schießt keiner bestimmt. Wie meinst du ja? Ja. Ach, da ist schon einer. Geht das Rohr eigentlich auch hoch? Na, je nachdem, was du fährst, ein wenig, ja. Ich weiß nicht, das kann man so nicht sehen. Wie war das 10? Ja. Also mit C schaust du um dich herum. Hm. Ohne, dass du dir den Panzer verstellst oder deinem Geschütz. Mhm. Das ist hier wieder so eine Gammelkarte. Das ist immer das gleiche, wenn nur ein Punkt verfügbar ist. Wie die Hennen sitzen wir hier. Ja, what up here? Boah. Das war vor mir. Da um die KI. Wieso können die auf mich schießen? die für mich so, so geil sind. Wißt du, was ich meine? Ja, vielleicht können sie dich sehen, aber du die nicht. Das geht gar nicht. So geht schon. Geh hoch, du. Ja. Scheiß. Scheiß. So einen habe ich. Ich hab noch keinen, nicht stehen hier rum und gesteckt nicht. Inter. Ein Panzer. Na ja, aber der größer ist dann, das ist ja nicht schlimm. Ich will fallen. Ja. Das sind der Truck. Das sind der Truck. Das wird geschossen hier. Ey, gerade als ich den gut ein, äh, im Visier hatte, ne? Werde weg. Können diese, wie heißen die Dinger oben? Sie schneller drehen? Nein, nicht Antennen. Ich weiß ja nicht, was so, diese Dinger oben. Was die Dinger denn? Das, was sich dreht immer, ähm, das Wort. Ah, so spricht der Profi. Ah ja. Äh, Tourette-Turm, wie immer. Ja, okay. Das kommt drauf an, du kannst das, äh, du kannst deine Mannschaft trainieren, dass sie das schneller machen kann. Mhm. Es gibt aber, äh, Panzer, da wird es so oder so nicht wirklich viel schneller. Ich gehe mal in die Luft. Ich muss mal verrikanieren hier. Es geht, es gibt Panzer, da ist es aber so oder so langsam. Und je nachdem, wenn das jeweilige Besatzungsmitglied ausgeschaltet ist, je mehr ausgeschaltet sind, desto lange mal dauert, es geht es dann auch, ne? Mh. Mit kleinerer Panzer, leichter Panzer, schieß. Die kann doch eben welche, wie sind, ne? Bis jetzt. Wow! Oh! Mich hat es zerfetzt. Echt? Naja, ich bevor ich in die Brücke geflogen. So, ich werde hier mich ein bisschen vormogeln. Was dann hier gehören? Ja. Was ist denn hier? Das ist komisch, von weitem sehe ich die. Und wenn ich... jetzt Sommer... dann sehe ich die nicht. Ach... Was sind die denn jetzt? Ha! So, ich hab mir wieder ein... meine Abschusshilfe geholt... ich hab mir nichts gehört Elienabschutzhilfe als Herr Besorgen um es tut er überhaupt auch darunter freilich nicht weiter sie sind auch der Dalli Karte er ist wichtig irgendwo irgendwo nicht oben und jetzt kommen wir haben auch nun schloss mit doch einen immer so dass sie alle optisch warten oder was ich hab den getroffen schlagsfunkzeug das ist das anklang wir machen dann noch eine runde auch an schad kraft ja es hat umgeschnitten die gewisse manche dazu fragen können wir denken was denken hier brennt einer ich glaube das war ziemlich dumm heute ist es um einen Tag mit Bomben wenn ich Pech habe fährt jetzt so ein Kollege rein und wird gleich zerfetzt aber auch wo ich hab ein Critt ich kann auch ist das Ding woher du musst bedenken dass manche nur kurz aufblinken zum Beispiel Bomber oder so blinken nur sehr kurz auf und so schnell klicken diese werden die mir nicht angezeigt du kannst auch diese Korten hatten eine Ahnung ja welche keine Ahnung was du da machst ja ich will sch gehen alle alle Räti schlag alle alle die alte auch Gott ist das nicht scheiß Wort Artillerie Artillerie jetzt weiß ich nicht was ich machen wollte hinschicken aber doch war nix angezeigt keine die sind alles bombe und gern nicht mehr zu viele fahrzeuge wir sind jetzt bei sich und da sind unsere leute um das bombe zum beispiel kann sie keine art schicken das geschützte wieso wird meine linke seite von dieser kette oder was das ist und auch wer gold und sein goldfarben und das ist das ist die höherwertige nicht die städte weil ich verarsche ich doch nur dies beschädigt gelb ist wie ampel gelb ist mittelbeschädigt rot ist kaputt ich werde den däden ganz unten also wenn ich schon zurück habe ich einen getroffen ich bin nicht getroffen und die vorletzt wo sind die zocker mit null 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 aber wieso ich habe doch einen getroffen ja und aber du hast nicht dafür gesorgt dass der irgendwie kritisch getroffen wurde oder sowas oder du hast keine abschlusshilfe dadurch bekommen das kann abgeschossen keine abschlusshilfe bekommen nie niente niente so weiter geht's ja es sind noch nicht alles statt von mitgliedern bereit wieso dies nicht ich bin bereit ja jetzt aber nicht in der sekunde als die rocke geklickt hat dann warst du noch nicht bereit entschuldigung chef das heißt wir sind hier im Krieg das ist ja nicht irgendwie eine Kaffeefahrt ja manchmal ja manchmal genau oder sonst oder so so selbe Karte nur ist der Punkt die ich mal auf der anderen Seite und wir starten von der anderen Seite oh Gott wie war das noch hm nur für den Spaß so also kriegen wir jetzt auf den anderen du sowieso weil du natürlich jetzt hier die Karte im Kopf hast aber wie sie eben gerade war und dann denkst du dir hey warum alle fahren woanders so lang am tun ja ich nehme nicht Panzer du nimmst es im Panzer ich habe wieder die T60 und kann ich sagen es noch gucken ob Tiere sind wer da ist wieso kommt er nicht auch immer an ein Tierchenmutter das ist so unlebendig hier guck mal die Bäume bewegen sich nicht mal hier gibt's kein Wind gar nichts ey weißt du ach ja ich habe mir letztens schon an den Kopf gefasst genau ja kann ich mal erzählen da waren wir im Dschungel und sie fragt gibt's die Tiere hier gibt's hier gar keine Vögel die muss jetzt immer ja das ist ne Dschungel also bitte du weißt ja dass Tiere empfindlich sind was so Geräusche angeht und wenn da Krieg ausbricht dann würdest du wahrscheinlich auch als Mensch nicht dort bleiben oder warum soll so ein Tier dort bleiben ja denkt doch mal logisch das ist aber ein Spiel mit dem Mann das in Hessen dann zum hessier wurde darüber fährst und ungelöst diese Falle ich hinter dir ich habe mir bleibt nicht einsteht ob ich kann nicht ins Wieser also sie nehmen Wofür schießen die denn jetzt? Die kommen auch von der anderen Seite. Ist ja logisch, oder? Logisch tut dann logisch. Ja. Bei mir ist vielleicht mehr Logis vorhanden. Das, was da bei dir fehlt, ist halt bei mir da. Dies, der Feldenbaum um, ist doch lebendig. Jetzt rollt er runter. Die Pantenzau rollen. Oh, ich bin so vorsichtig hier. Ja, fahr mal vor, ich muss nachladen. Das wird eine Weile dauern. Oh, aller Rettie ist frei. Ja. Aber auf was soll man denn schießen, wenn die Gegner nicht angezeigt werden auf der Karte? Wer versucht, die Koordinaten zu merken, oder muss warten, bis er wieder was aufdeckt hier? Welche Koordinaten? Das sind Minikarten, das sind die Koordinaten. Was heißt denn Artillerie-Zielmodi durchschalten? Klar, warum drückst du nicht einfach die 5, schmeißt die Artillerie irgendwo auf die Karte, wo du denkst, dass die Gegner sind? Ach, so geht das ja auch. Guck dir das mal an. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das so geht. Jetzt weißt du es. Wow, ich kann nicht auf die Karte, ich kann auch hier die Dinger schicken. Aber wie kann ich da jetzt aus? Die selbe Tasse nochmal drücken. Ja, dann schickt er die Artillerie hier hin. Nein, du musst natürlich einmal mit der linken Maustaste dahin klicken. Da ist was, da ist was, da ist was, da, da, da ist was. Oh, jetzt kann ich ein Flugzeug kriegen. Nee, geht ja gar nicht, ey. Diese kommen zu rein und ich nicht. Scheiße hier. Ich habe schon Treffer gemacht. Du hast wahrscheinlich immer noch nach Hasen geguckt. Ich habe schon fast was gekillt hier, ja? Ach! Entschuldigung. Was? Ich höre nichts, was? Ist er taub oder was? Hallo. Guck mal jetzt. sie machen können zum gegnerischen wie das flugzeug abzuschießen die flugzeugen sie alle alle mehr als die ist wieder frei ich glaube ich habe wieder hin wo keiner das sind steine auf dem Weg Kacke hier irgendwie direkt vor mir musste einer sein letztens bin ich gegen so einen Berg gefahren und hab Schaden bekommen wahrscheinlich weil du auch noch irgendwie bergab gefahren bist und dann relativ viel Geschwindigkeit auflöst. Scheiße, Scheiße, Scheiße Bodeneinheit zerstört, Mokko Ich hab eine Abschussliffe Oh, hier kommt einer, hier kommt einer Halb, halb, halb Da ist ein, hier. Ja, bei mir ist einer, oh, ich muss jetzt schießen, jetzt Scheiße, Mann Ich konnte ihn erst nicht sehen, ich hab seine Silhouette nicht gesehen, also Und jetzt ist er hinter den WD5 Ja, mach mal auch was hier Ich bin doch da Oh, ich geh mit Bomber ein, Scheiße, jetzt hab ich auch noch Schlafbuch zu Nein, der ist um, der ist ja noch bei den Felsen, der Wir sind die Art oder Ähser Ich kann jetzt nicht Vorfahren, weil ich werde nur Blutzeug reingehen Ich hab da die Art, die Ruppel, die Art, die Art, die Ruppel, die Art, die Lärm, die Was sind? Ja Und jetzt sind die Damenbomben Ja, unter uns kommt eine Flagg Ja, unter uns kommt eine Flagg Ah, sie sind ein Flagg Flaggfahrzeug Komponente und links rechts das Karte schlagt sich aus als hätte das den zwei Hörner aufkommt wenn ich rede musst du mich schon ausbrüllen lassen ich habe zwei Bohneneinheiten zerstört so macht der Profi da neben dir neben dir da ich schieß gerade auf den Ohrgott da ist einer alter ich gleich runter bleib doch stehen man da will das Rohr nicht hoch ja und jetzt schießt er auf mich und jetzt bin ich kaputt gleich ja Maurice mach doch was gut naja in der Lenz sein ich kann er nicht können zurecht so ab und um ach so um manchmal erstellt okay okay Bärbel Bärbel so wird nun machen jetzt das sage ich extra weil ich weiß dass du den Vornamen nicht machst ne so oder ich kann nicht um die ich gehe ich gehe ich das ab du gehst nicht rein nein ich gehe rein du gehst nicht rein doch ich kenne du hast es nicht immer ansatzweise du gehst nicht rein die Stichern das Einflugzeugung ich bin ja schon drin ich habe es wieder geholt durch so ich bin ich bin vertreter 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 sie schild Bärkow schützen ja ich sehe die da ich muss irgendwie was war das denn jetzt hier das ist schon wieder so gewesen ist aufgefallen also fast nach jedem patch ist dann immer so die ersten paar tage oder erst in ein zwei wochen gibt es dann probleme wenn die schlacht beendet ist manche haben dann verbindungsunterbrechung oder so gucken wir mal ich war sechster und du zweiter von unten aber zweiter aber zweiter da kann man nicht meckern da kann ich nicht drei abschusshilfen also ja habe ich auch nee ach das sind kills ich hab drei kills und ein flutzeug auch noch abgeschossen und zwei abschusshilfen und über 1000 punkte und du hast noch mal warte lass mich runterscrollen und du musst dann so das war programming at its best mein nachbar ist gerade umgefallen habe ich gehört oh die forschung wurde abgeschlossen danke fürs zuschauen ja dann ja tschüss tschüss